Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich solche Fliesensockel verlegen und somit die Sockelleisten natürlich auch richtig schneiden und vor allem auch richtig an unsere Wand kleben können. Wenn du Bock dafür hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In einem extra Video haben wir schon unsere Bodenfliesen richtig verlegt und jetzt geht es einfach darum, dass wir natürlich den Übergang zu unserer Wand noch sauber mit so einer Sockelfliese hier verschließen möchten. Diese kann man entweder schon fertig mit einer speziellen Phase hier oben kaufen, entweder seine eigenen Fliesen auch noch zum Steinmetz bringen. Der kann aus den Fliesen nämlich auch nochmal solche Sockelfliesen ausschneiden oder wir machen das natürlich selber mit einem Fliesenschneider. Die Standardhöhe ist übrigens normalerweise zwischen 5 und 10 Zentimeter. Ich möchte am Ende einen Sockel mit einer Höhe von 7 Zentimeter haben. Das Ganze habe ich mir mit einem Bleistift auch schon mal angezeichnet, in meinen Fliesenschneider richtig hineingegeben und jetzt kann ich auch schon über meine Fliese einmal mit etwas Druck drüber gehen und danach diese brechen. Und somit habe ich auch schon meinen Sockel mit einer Höhe von 7 Zentimeter. Das Ganze können wir jetzt natürlich so oft machen, wie wir möchten. Wichtig ist nur, wir sollten aus einer ganzen Fliese bitte immer nur zwei solche Sockel ausschneiden, da wir außen immer eine schöne Kante haben möchten. Und hier innen drin wären dann zwei geschnittene Kanten, was einfach nicht wirklich optimal wäre. Die geschnittene Kante ist da relativ scharf, doch das ist in unserem Fall auch nicht wirklich schlimm, da diese Kante nämlich am Ende eh nach unten zeigt und unter einer Silikonfuge verschwindet. Die saubere Kante vom Werk aus wird also nach oben zeigen und bei Innenecken schaut es so aus, dass wir das Ganze einfach mal aneinander stoßen können. Da können wir auch wieder am Ende eine Silikonfuge drüber ziehen, natürlich ist hier auch dementsprechend ein kleiner Abstand immer. Und bei einer Außenecke hätten wir jetzt die Möglichkeit, dass wir es auch einfach aneinander stoßen. Doch wenn natürlich die Farbe dich hier außen stört, dann gibt es noch die Möglichkeit, dass wir diese zwei Fliesen, die wir jetzt aneinander treffen, noch mit 45 Grad auf Gärung schneiden. Das beste Ergebnis würde ich natürlich mit einer speziellen Fliesenschneidmaschine erzielen, die ich um 45 Grad kippen kann. Ich habe das Ganze leider jetzt nicht vorhanden, weswegen ich mal einen einfachen Winkelschleifer mit einer speziellen Scheibe, welche natürlich auch für Fliesen geeignet ist, verwende. Und hierfür sollten wir uns am besten einmal davor noch diesen 45 Grad Winkel irgendwie anzeichnen, dass wir da auch irgendwie eine Führung haben. Und am leichtesten geht es, wenn du dir einfach mal ein Stück von deiner Fliese nimmst, was natürlich gleich stark ist mit der Fliese, die wir jetzt gleich herschneiden müssen. Danach setze ich das Ganze einfach mal vorne schön bündig an und dann kann ich hier hinten nämlich auch schon dementsprechend einen Bleistiftstrich machen. Und wenn ich jetzt hier oben nämlich anschließend noch meine Ecke mit dem Strich verbinde, dann sollte ich auch perfekt auf 45 Grad das Ganze auf Gärung schneiden können. Schutzausrüstung bitte nicht vergessen und wir können beginnen. Danach am besten noch mit einem Schleifstein über unsere geschnittene Kante drüber gehen und wir haben auch schon eine relativ saubere Außenecke. In einem extra Video habe ich mir den Fliesenkleber schon mal richtig angerührt und jetzt würde ich auf jeden Fall mal noch kurz die Wand überprüfen, wie gerade diese überhaupt ist. Bei mir schaut das nämlich relativ gut aus, weswegen ich hier auch ohne Probleme mit so einer relativ kleinen Zahnung arbeiten kann. Ich gebe den Fliesenkleber nämlich gerne immer auf die Rückseite von meinen Sockelfliesen drauf und dann kann ich das mit der Zahnung einfach ordentlich verteilen. In meinem Fall eine Vierer Zahnung. Falls bei dir die Wand jetzt doch relativ uneben sein sollte, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, entweder eine größere Zahnung zu verwenden oder natürlich auch einfach ein paar Kleckse mit so einer normalen Kelle hinten drauf zu machen, um das Ganze etwas auszugleichen. Gerne den Fliesenkleber danach noch auf der Unterseite und auch auf der Oberseite etwas abziehen, dass ich diese danach natürlich nicht aus den Fugen rausdrücken kann und vor allem wir auch keine Verbindung zu unserem Boden haben. Und ich kann meine Sockelfliese auch schon setzen. In meinem Fall habe ich jetzt noch zwei solche Fliesenkreuze drunter gegeben, da mein Boden relativ eben ist und ich wie gesagt ja auch einen Abstand zu meinen Bodenfliesen haben möchte. Falls dein Boden hier auch relativ uneben ist, könntest du übrigens auch solche speziellen Fugenkeile noch verwenden. Beim Zwecksoptischen her sollte man auf jeden Fall jetzt schauen, dass man natürlich auch die Fugen von den Bodenfliesen einhält und dann drücke ich meine Fliese einfach noch etwas gegen die Wand. Damit der Sockel einen sauberen 90 Grad Winkel zu meinem Boden hat, sollten wir uns mal noch dementsprechend eine Fliese zur Hand nehmen, welche von Werk aus auf zwei Seiten jetzt natürlich noch nicht geschnitten ist. Und dann gebe ich das Ganze auf meinen Boden und kann natürlich die Fliese auch dementsprechend ausrichten. Genauso gehen wir jetzt natürlich auch bei den weiteren Sockelfliesen vor. Wenn hier oben doch mal etwas Fliesenkleber rauskommt, ist das auch nicht wirklich schlimm, dann zum Beispiel einen flachen Schraubendreher zur Hand nehmen, das Ganze abziehen und danach gerne mal noch mit einem einfachen Schwamm hier oben drüber gehen, dass uns der Fliesenkleber danach natürlich auch nicht weiter stört. Gerne kannst du übrigens auch eine Wasserwaage immer mal wieder zur Hand nehmen und hier vorne kontrollieren, ob unsere Fugen gleich sind und natürlich auch, ob unsere Sockel von der Höhe her passen. Als nächstes bitte den Fliesengleber mal für mindestens zwölf Stunden durchdrucken lassen, hierbei gerne auch auf die Herstellerangaben achten und danach geht es auch schon weiter mit dem Verfugen, mit dem Versiegeln zu unserer Wand, mit Acryl und natürlich auch mit der Silikonfuge ziehen. Und das Ganze zeige ich natürlich auch noch in extra Videos und somit haben wir unseren Fliesensockel auch schon richtig verlegt. Wenn du dir für zu Hause übrigens eine Zahnkelle, Fliesenkreuze oder natürlich auch solche Fliesenkeile zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.